Das ist eine Macht, Leute. Boah, ich kann es nicht in Worte fassen. Der Fleischgeschmack, ich wusste nicht, dass es den gibt auf dieser Welt. Ich habe noch nie diesen Geschmack gespürt. Tschüss. Das ist mein Gott. Das spricht jetzt auch gerade extrem für mich, ne? Fällt mir auf, weil so mein Wort hat Gewicht. Er ist ganz oben mit dabei in Deutschland. Für mich einfach, weil der... Platz 10. Platz 10? Bruder, so wie du gesprochen hast, muss er bei Goldies sein. Digga, er ist nur Platz 10? Ich schwöre sogar... Lüge! Also, Chad, so wie er gesprochen hat. So wie er gesprochen hat. Digga, ich mache Holle eine Nachricht. Digga, also ich bin nicht krass mit ihm im Austausch, aber ich nehme das irgendwie gerade persönlich, Chad. Äh, Holle, ich sehe die Nachricht erst jetzt. Auf jeden Fall, Holle. Ich habe mir das Ganze jetzt nochmal richtig angeschaut. Und das Ende ist nicht vermarkbar. Das sage ich dir so, wie es ist. Das Ende ist nicht vermarkbar. Ich bin mit dir in diesem Video, bin ich, glaube ich, dreimal gekommen. Du bist fünfmal gekommen und ich bin dreimal gekommen. Und das eine Mal davon war auf deinem Rücken. Weil du deinen Arsch rausgestreckt hast für diesen Burger. Und den habe ich auch rausgestreckt. Aber das Ende, ich bin aus den Socken gefallen. Gute Erklärung.